Heute bin ich im Erlebnispark-Trips drin und testen für euch die Achterbahn. Jetzt dann den Körper pressen, dann fest vorne am Griff festhalten und ja, das war es eigentlich schon. In Drop rein und dann von 0 auf 100 in 1,6 Sekunden. Auf 30 Meter, jetzt auf 30 Meter. Wahnsinn! Und dann mit 100 kmh auf 23 Meter in Virtual Top Head. Wahnsinn! Jetzt kommt ein Stengel-Dive weltweit nur einmal. Muss ich kurz unterbrechen, kannst du jetzt noch Trips drill buchstabieren bitte? T-R-I-P-S-D-R-I-L-L. Sehr gut! Jetzt ein Airtime-Hügel, abhebende Kräfte, dann eine 360-Grad-Helix-Kurve. Das ist super! Und dann geht es los. Was ist hier los? Wuhu! Raus! Ein Kollagenzieher und dann in die wohlverdiente Bremse. Ach du meine Güte! Also eins muss man sagen, Trips drill, der Park ist Wahnsinn. Aber diese Achterbahn! Dankeschön für dieses tolle Erlebnis. Bitte, bitte. Freut mich, dass ihr hier seid. Wahnsinn! Ein absolutes Wahnsinns-Erlebnis, die Achterbahn Caraco im Erlebnisparktrips drin. Ich gebe 5 von 5 Actionpunkte. 7 8 10 10 10 11 10 14 15